ich bin jetzt endlich mal was gut ist an dieser tag was er den kennt ist auf twitch ja wie ist das denn wenn ich jetzt um bis zehn zwei tage bin ich jetzt um 0 1 muss noch irgendwie was beachten okay man kann springen es ist aber nicht mit dem rechten träger könnt ihr festhalten ich bin gut gefallen Nein! Alles drin! 30! Ich hab das! 34! 34! 34! Wo ist Sven? Lass du noch Sven? Ja, ich lauf noch! 3 noch, 2 noch! Nein! Ich bin raus! Sven hat Rona als überlebt! Irgendwie hast du das geschafft? Ja, klar! Ich bin zweimal runtergefallen! Hast du ne Ansage gemacht? Nimmst du auf? Ich nehm auf, aber ich hab keine Ansage gemacht! Ja, okay, mach ich ja nix! Du hast nämlich gleich dieses Ladies and Gentlemen gemacht, da dachte ich, da machst du! Ah, okay! Was nächstes folgt! Komm, gib mir was cooles! Was cooles! Oh nein! Ich wollte was cooles! Keine Tochter ist die Stimmung gar nicht! Ja, ich mach das nicht da, tut mir leid, Sven! Juhu, ein schlechtes Spiel! Hype! Oh man ey! Juhu, ein schlechtes Spiel! Nein! Da seh ich nicht! Ich kann Spielspaß haben! Ich guck mir erstmal eben an, wie das so funktioniert! Ja, zeig! Nein! Nein! Ach du Scheiße! Uff, 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 uff! Nein, nein! Ich bin der pinke Wolf mit dem grünen T-Shirt, Sven! Ja, ich such dich! Mit dem pinken T-Shirt! 1-4-1-9-4-4! 4-9-4-4! 1-4-9-4! 1-4-9-4! Was ist der? Nein! 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 Hören wir nochmal für vorne! Ah nein! Nein! 1-9-4-4! 1-9-4-4! 1-9-4-4! Grünes Hemd! Okay, hab dich! Oh, du bist tot! Haha! Geil! Sven ist noch ein Anti-Mensch! Ich mein, ja! Geil! Sven gilt mir nix! Hype! Ah! Checkpoint! Seh ich mich! Ja, nice! Alter, sieht ziemlich schwierig aus! Was, Sven? Ich, ich nehm den Hype mit! Ich bin dritter! The life! Haha! Der Inky! Der Schwer ist bei Inky! Äh, wann fang... Wann... Ähm... Wie lange muss ich noch auf die anderen warten? Ich schaff' das nicht! Ich schaff' das nicht! Nein! Janik! Ich weiß ja nicht mehr, wer ihr seid, Mann! 1-9-4-4! 1-9-4-4! Grünes Hemd! Wo es kommt? 1-9-4-4! Janik! Nicht nach unten! Wie schlecht kann man sein! Wie hast du denn deine Kamera, Mann? War keine Ender? Ja! Verpiss' dich! Ach, lol! Verpiss' dich! Verpiss' dich! Verpiss' dich! Verpiss' dich! Verpiss' dich! Der Grüne ist ein Arschloch! Ich hasse euch alle! Ja, ne! Nicht so toxisch! Ja, ihr seid dumme Wichser, wie Hype! Ja, ihr seid dumme Wichser, wie Hype! Hype! Und dann sag's man nicht so toxisch! Das ist ja nicht toxisch! Hey! Bei mir macht das vor allem nichts damit! Das nur bei anderen! Kann man die jeden auch irgendwie wegschlagen? Ja! Was ist denn du toxisch? Was ist das Huhn denn? Immer diese YouTuber... Jannik ist auch raus! Ja, aber nur wegen diesem wunderschönen Arschloch! Arschloch gut! Jannik ist raus! Jannik ist raus! Okay, wo ist Inki denn? Jetzt sehen wir die Meter! Hin dann hinten rechts! 1074 1074 ... ja Baseball Genau Erdrollfeld Rollfeld, interessant 107 4107 ja ich habe ihn komm inki los 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 was musst du da jetzt machen überlegen ok versuchen auf der plattform zu bleiben kann man sie gehen wegschlagen ja außer das halten richtig schlagen so wegkippen und so spiel kannst du leute ganz normal dass sie extra langsamer werden so wie ich gegenseitig frontal umarmst kriegst dann schief und dafür das habe ich gestern bekommen ich habe sie die ja gar nicht lass uns gleich mal kuscheln nein doch gogo inki gogo inki gogo inki meter viel zu spannend macht da 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 hat der inki kuscheln mit wolf ja knappe wo er hat mir die hände weggeschlagen geht doch schon als sexuelle belästigung ja gut dass das nicht der arbeitsplatz ist überlebt also respect er macht das ding hier wie viel runden gibt es eigentlich also mehr als fünft hatte ich noch nicht da fällt jetzt eh keiner aber durch das verkackst dann bist du echt irgendwie ich werde so aus dem sterben okay interessant oh ja jetzt muss ich hier wieder suchen 1 2 7 4 1 2 7 4 da ja habe ich fast und mücke geht weg jetzt musst du dich nach links rennen oder wie ja ja wie das auch mal schneller oder das ist bei dem tempo wo das ein dino man muss auch mal springen krass kann man sich auch hin drucken oder hinlegen oder so was passiert wenn keiner ausscheidet das kann natürlich sein dass die spiel einfach nur die afk spieler abfahren soll die plätze vollgas und das ist weiter hier jetzt ist aber krass also jetzt ist gefährlich kann ich hier schaffen ich habe ein ganzes geld auf die gesetz ich suche jetzt eh was zum spielen ich glaube ich hole mal einen pokéball ich nehme dir eine schere Sven hab ich gerade nicht hier am start doch hab ich wohl schere ich suche mir gerade Papier zusammen damit ich einen Papierflieger bauen kann ja irgendwas muss ich ja dann werde ich sagen bestimmste machen das ist ja der ladebildschirm das ist der wir haben leider kein spiel gefunden bildschirm ja ja du weißt ja was ich meine das ist fertig obwohl sie eigentlich mehr aus diesem groß ne also ich habe gerade die zuschauer abgeworfen die zuschauer ja welch zuschauer also die die sagst du die guckung gern weißt du was du werden so nachträglich abgeworfen kommt natürlich die kamera geflogen und dann gibt es eins auf die mütze wir haben eine runde gehabt und direkt danach ging es wieder nicht also gerade ist wieder versuchen und beten heute funktionieren sein was nicht so optimal eine runde geschafft wo ich das bild verschieben und er fällt 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 immer wieder und deswegen deswegen haltet ich voll geil weil man fällt und durchgeht oh man ich habe es überhaupt nicht so gut gemacht damit man den Namen versteht voll geil was stimmt bei dir so ja ich habe mich jetzt auch auf deinen Kopf gesetzt ja was bei mir so geht rankt halt ja okay ich mache mal eben hier zwei und ready los boah man muss hier springen ok ich sag ja nur nur eins ist es ich dachte jetzt auch ich dachte auch geil Janik um nur nur eins geht voll geil ist das los wie muss ich hier rüber hört auf mich zum schubsen ich will die erste runde überleben kommt schon ich will die erste runde überleben kommt schon ich schaffst das scheiße ja 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 weiter 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 ja ich habe die wände und du ich habe kreise wow schaffe ich nein nein ich bin rausgefallen zwei haben schon geschafft ich komme nach warte 24 nein 24 ich glaube nicht David nein schon wieder rausgefallen ja ich bin Nummer 39 qualifiziert geil Janik ich habe es geschafft ja es läuft auch noch an dich Janel uuuh qualifiziert da 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 hm kommt es immer darauf an wie viele spieler in einer lobby kommen und wie viele dann noch am ende ich bin schätze ich mal und aufs spiel ok jetzt nächstes fold glaube an dich so verloren abholen ok egal ich krieg auch keine ok wieso zeigt er mir jetzt nicht das nächste spiel an also das nächste fold ich habe es geschafft hexenwerk hexenwerk kann man den ventilator nochmal nehmen ok hexenwerk irgendwie team ist das jetzt ok ich erzähle keinen dann ist die gg dann ist die gg dann ist die gg dann ist die gg ich bin ein team richtig genau so also ich merke schon die meter es hat wieder kurz funktioniert und jetzt gehts wieder an das war auf jeden fall unser wunderschöner stream hoffentlich hättet ihr zumindest ein bisschen spaß und wenn bringt youtube noch zu ende ja was und ja was muss ich eben machen irgendwie bin ich komplett verwirrt da geht es weiter rein oder und bis zum nächsten mal ich bin ich bin verwirrt ok wir sind glaube ich gerade am gewinnen glaube ich aber ja qualifiziert wir haben gewonnen wie sie heute beendet 21 sind noch da ich verstehe warum wir nicht in eine lobby gekommen sind da gibt für mich irgendwie gar keinen sinn dass wir nicht hier in eine runde waren hillybilly Sven bist der halt wieder weg oder was bist der halt wieder weg warte mal ja du machst du sprichst gerade alleine Sven ich brauche hier reden du bist alleine total nö das seh ich nicht 10 spitzen wie geht das denn wie würde wer ist das ach du kacke die werde ich sterben ich glaube jannik ist toxisch ich glaube ich auch ich glaube ich glaube ich wir damit machen sagst du ich glaube ich machste da ich bin tot nö ich könnte ich Sven nimmt gerade alleine auf das bringen brauche ich ja nicht reden das ist ja das ist logisch weiter 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 so ab dich geh jetzt einmal tschüss ja qualifiziert qualifiziert hier tschüss David tschüss 13 leben noch 13 Leben noch 13 leben noch nächstes spiel nächstes spiel da 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 Sturzball erzieht Tore indem er bälle ins gegnerische tor befördert wie geht das denn okay interessant es gibt zwei bälle nein 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 heiße 1 für die dass du fußball es kann nicht so schwer sein ja 1 1 2 1 die sie 31 zu uns geil ja ja 41 easy snack kopfball 5 1 5 1 easy 5 1 hier oh gott dann liege ich so kommt schon ja 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 sie meins 7 1 hier ach 2 scheiße und die 92 11 2 12 2 geil 12 2 hier easy snack hat dass janik nicht dabei ist schade aber noch die letzten sechs hier die letzten sechs nächstes volk diesen platz auch gott wir müssen jetzt zwei folgen ok wo ist denn der schweif das ist der wir kriegen die mit ein schwanz kommt schon die mit ein schwanz alter gibt mir doch einfach ein schwanz gar nicht gewonnen schwarz nicht geben was ist das hey ich hab dir doch ein ich höre auf dich wegzuschubsen die werde ich verlieren auch mal wieso bin ich jetzt hingefallen heiße ich habe verloren heiße scheiße scheiße ausgeschieden schade 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 leider nicht geworden aber wenigstens noch ein paar runden zeigen können auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal